Im Februar 1919 hielt die Sozialdemokratin Marie Jokatz die erste Rede einer Abgeordneten im Reichstag. 100 Jahre später wurden ihre Worte erneut vorgetragen. Der AWO-Landesverband Sachsen-Anhalt würdigte die Gründerin. 100 Jahre Frauenwahlrecht sind ganz eng verbunden mit 100 Jahre AWO. Wir sind heute bei der Veranstaltung zu diesem Jubiläum. Ich spreche jetzt mit Herrn Schuth vom AWO-Vorstand. Ja, also wie gesagt, 100 Jahre Frauenwahlrecht, 100 Jahre AWO. Wieso ist das so eng miteinander verknüpft? Naja, wahrscheinlich, weil das die Zeit so geboren hat. Der Weltkrieg, warum? Der erste, den man damals noch nicht so genannt hat. Die Frauen haben ja im Wesentlichen diesen Krieg durchgetragen und wahrscheinlich ein großes Selbstbewusstsein erlangt und haben sich dann auch für ihre Rechte eingesetzt. Dass diese natürlich politisch auch haben wollten, ihre Teilhabe. Insofern war ja die Zeit mit der jungen Demokratie 1918, 1919, der Abschied vom Kaiserreich, eigentlich eine sehr innovative Zeit. Aber sie war auch eine sehr fragile Zeit, wenn sie an die Unruhen und die Kämpfe denken, die in der Zeit stattgefunden haben. Die Magdalena Heimann, die hat mal gesagt, vorher machten Frau Pfarrer und Frau Direktor in Bohnfahrt und prüften dabei nach moralischen Fraterien. Das hing uns buchstäblich zum Halse raus. Schließlich braucht ein jeder hungernde Mensch in dieser Zeit Hilfe. Und ich glaube, das ist was, wofür die Abo heute noch steht. Ich glaube auch, dass wir genau wie vor 100 Jahren vor anderen, aber nicht weniger Herausforderungen stehen, dass wir momentan auch in einer Gesellschaft leben, wo die Schere zwischen Armen und Reich sehr stark auseinander geht, wo es richtig ist, dass es die Abo gibt und die Abo eben nicht nur sozialer Dienstleister ist, sondern sich auch engagiert, einmicht, skandaliert und sich sozialpolitisch positioniert, also auch ihrer anwaltlichen Funktion gerecht wird. Mit 100 Jahre Frauenwahlrecht ist ja ein Name ganz eng verbunden, Marie Juchatz. Sie hat dann später im Dezember 1919 die Abo gegründet. Was ist von diesen Gründungsideen noch geblieben heute? Man denkt ja, 100 Jahre ist eine riesige Zeit. Naja, die Demokratie, für die sie eingestanden ist und die Beteiligung der Frauen, das hat sie ja getragen. Und sie war ja der Überzeugung, dass man soziale Probleme nicht mit Almosen löst, sondern dass der Staat sich um die menschlichen Probleme kümmern muss und dass er Rechtsansprüche schaffen muss. Und das ist ja eine ewig junge Diskussion. Also das trägt ja bis heute durch. Wir können ja nicht sagen, dass wir sozusagen an der Stelle den Staat schon so fordern, wie wir es uns wünschen und dass Themen wie Armut und Arbeitslosigkeit oder die Bildungsmisere abgeschafft werden, sondern da müssen wir ja weiter arbeiten. Also im Januar 1919 konnten die Frauen das erste Mal wählen. Wie ist das denn politisch einzuordnen? Das ist ja ein Quantensprung in der politischen Kultur des Deutschen Reiches. Zum ersten Mal wählen Frauen noch einigermaßen zaghaft. Denn wenn man sich das Ergebnis anschaut, 386 männliche Abgeordnete und 36 oder 37 Damen. Eine Situation, an die sich alle gewöhnen müssen, aber auch das ganze politische Umfeld ist ja gerade einem Erdrutsch vergleichbar. Die Revolution hat die alten Eliten hinweggefegt und die neuen, das ist die Arbeiterbewegung, das sind die bürgerlichen, die linken Parteien müssen erst Dritt fassen. Und in dieser Situation kommt dann sozusagen der Paukenschlag. Männer und Frauen sind gleich. Daran hatte vorher, da hatte man nicht gedacht. Entsprechend sind auch die Reaktionen im Parlament noch so einigermaßen belustigt. Schon Heiterkeit ergibt sich als Frau Juchatz eine stille und unscheinbare Person, beginnt mit meine Herren und Damen. So etwas hatte man im Parlament, in der Nationalversammlung noch nicht gehört. Dass es sich um eine ganz, ganz entschiedene politische Figur bei Frau Juchatz handelt, das hat man dann oftmals so vergessen. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als freie und gleiche im Parlament zum Volk besprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, und zwar ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. Wer sie als Politikerin zufrieden mit dem, was wir haben, guckt man sich den Landtag an, sind da ganz wenige Frauen, die nur die Weiß tragen würden, in Erinnerung an ihre Rede. Was würde Maffi Juchatz heute zu diesem Tag sagen und zu unserer Feier? Einmal würde sie Sachsen-Anhalt, denke ich, loben, weil ich bin eigentlich erst die vierte Trägerin dieser Medaille. Und man darf sagen, der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt ist eine Frauendynastie. Manchmal glauben wir vielleicht zu sehr, dass das, was wir in unserer Gesellschaft schon erreicht haben, auch an Gleichberechtigung, an demokratischen Rechten und Beteiligungen, einfach so da ist. Ganz ehrlich gesagt, meine Damen und Herren, einmal im Monat in den Landtagssitzungen in Magdeburg merke ich, es ist nicht einfach da. Es muss immer wieder erkämpft und erstritten werden. Manches mit mehr Enthusiasmus jetzt, manches vielleicht auf leisen Wege. Aber gekämpft werden muss immer, auch um Fragen der Gleichberechtigung. Marie Juchatz hatte einiges im Gepäck. Sie wollte sich nicht einfach nur reinwählen lassen, sie hatte auch schon Ziele und Ideen. Was war das konkret? Also AWO haben Sie schon kurz genannt. Ja, das war soziale Gerechtigkeit. Das war die Idee. Sie lebte sozialdemokratische Ideale. Sie war ja schon im SPD-Parteivorstand, ehe das Wahlrecht für die Frauen verkündet wurde. Sie war im Hauptvorstand eine eminent politische Person, die sich nur niemals vordrängte, die sich nie um ein Amt beworben hat, der man immer die Ämter angeboten hat, eines nach dem anderen, ob sie nicht das auch noch machen könne. Der Kern ihres Anliegens war soziale Gerechtigkeit, aber das sah sie eminent politisch. Und deshalb war sie auch eine Vertreterin der Frauenbewegung, der Friedensbewegung, der sozialen Bewegung. Als solche den Nationalsozialisten verhasst, muss sie 1933 ins Exil gehen, lebt aber dort die Ideale, für die sie das ganze Leben gekämpft hat, weiter. Ich spreche jetzt mit der Schauspielerin, Frau Stefanie Hottinger. Sie verkörpern die Marie Juchatz. Was bedeutet das für Sie erstmal, diese Frau zu verkörpern, diese Rede nochmal zu halten? Das bedeutet das, was ich bei allen Rollen mache. Ich lese mir erstmal einen Text durch und versuche, den zu verstehen und nachzuvollziehen. Und bei Marie Juchatzs Rede ist mir das sehr leicht gefallen, weil die sehr viele Themen anspricht, die durchaus meinen Alltag immer auch noch prägen. Das ist nicht nur die Frauenfrage in Anführungsstrichen, ich hasse eigentlich diesen Begriff, aber es ist auch die Frauenfrage, aber auch der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch sich einzubringen, was zu bewegen. Und natürlich ist die Politik jetzt in ihrem Fall da ein super Feld. Ich versuche das ja in meinem kleinen Bereich auch. Also und da habe ich sehr viele Parallelen entdeckt und ja, mir gefiel besonders eigentlich den Anspruch, den sie hat, den sie auch schon ganz am Anfang ihrer Rede quasi stellt an sich und die Gesellschaft, dass sie eben sagt, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und es ist eigentlich seltsam, dass es so lange gedauert hat. Also das hat sie vor 100 Jahren gesagt, das sage ich heute manchmal auch noch. Ich möchte hier feststellen und glaube damit, im Einverständnis vieler zu sprechen, dass wir deutschen Frauen diese Regierung nicht etwa in dem alt hergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Was können wir für uns heutzutage mitnehmen von ihr, von ihren Idealen? Was bleibt für uns als Erbe? Das Schönste bleibt und das genießen wir und das ist so selbstverständlich, dass Männer und Frauen gleichberechtigt und gleichwertig sind, dass das einer erheblichen Anstrengung bedurfte, um das öffentlich zu machen, um das durchzusetzen. Das ist mit das Verdienst von Marie Juchatz. Deshalb, glaube ich, sollten wir sie in Ehren halten, sollten wir uns gerne an sie erinnern, auch wenn sie durch ihre uneitle Haltung eigentlich alles dazu tat, bescheiden zurückzutreten und nicht als Person in Erscheinung zu treten. Umso wichtiger ist das auch in einer Zeit, in der der Schein und das Gebränge und der Habitus sehr viel höher geschätzt werden, als das Hingegebensein an die Sache, für die man steht. Wenn wir dafür sorgen helfen, dass Deutschland wieder zu vernünftigen Zuständen kommt, dass Deutschland wieder das Land wird, in dem alle seine Bewohnergerechtigkeit genießen und sich wohlfühlen können, wenn wir aufgrund demokratischer Verhältnisse zu anderen Zuständen kommen, als wir sie heute haben, vielleicht, vielleicht ist es dann einmal möglich, eine geachtete Stellung im Auslande zu bekommen. Dieses Jahr ist ja auch ganz eng verbunden, ja, 70 Jahre Bundesrepublik, Sie haben es schon gesagt, Demokratie. Was haben Sie sich jetzt selbst auf die Fahne geschrieben? Es geht ja auch schon rum, also Hartz IV wird auch schon so ein bisschen in Frage gestellt. Es sind ja viele Themen jetzt, die dieses Jahr anstehen. Ja, das sind ja Themen, die auf der politischen Agenda sind. Wir müssen natürlich auch als Wohlfahrtsverband gucken, dass wir diese 100 Jahre nutzen, um an diese ursprünglichen Werte der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Freiheit, der Solidarität und der Toleranz anknüpfen und sie nochmal uns vergewissern. Und dann sehen wir ja, dass wir ganz viel zu tun haben im Hinblick auf die Akzeptanz von ausländischen Arbeitnehmern, die wir ja auch brauchen. Wir haben ja ein Fachkräftethema auf dem Arbeitsmarkt und wir werden mit ausländischen Mitarbeitern zu tun haben. Wir müssen für interkulturelle Öffnung kämpfen und das ist schon ein großes Thema. yeah. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020